Hey, schön, dass du wieder da bist. Im letzten Abschnitt 5.1 haben wir verschiedene Arten von Diagrammen mit Bruchzahlen angeschaut und gelernt sie zu verstehen. Jetzt wollen wir selbst solche Diagramme mit Bruchzahlen erstellen. Als erstes wollen wir ein Balkendiagramm bzw. Säulendiagramm basteln. Dazu benötigst du ein Blatt Papier, eine Schere, ein Lineal oder Geodreieck, etwas mit dem du einen Kreis ziehen kannst, zum Beispiel ein Glas oder einen Zirkel und natürlich einen Bleistift und zum Ausmalen Buntstifte. Hier haben wir eine Tabelle, die uns zeigt, wie die Einnahmen der Klassenkasse aufgeteilt sind. Die Hälfte der Einnahmen kommt aus dem Pausenverkauf. Ein Viertel vom Spendenlauf und ein Viertel haben die Eltern bezahlt. Und jetzt wird gebastelt. Als erstes brauchen wir einen Streifen Papier. Dazu schneidest du einfach einen rechteckigen Streifen von deinem Blatt ab. Jetzt suchen wir uns den größten Bruch. Das ist bei uns ein Halb. Ein Halb ist ja die Hälfte von etwas. Das bedeutet, dass wir den Streifen als erstes in der Hälfte falten. Danach falten wir den Streifen wieder auf. Diese eine Hälfte ist also jetzt unser ein Halb. Nun brauchen wir noch zweimal ein Viertel. Ein Viertel ist ja die Hälfte von ein Halb. Deshalb können wir jetzt die andere Hälfte des Streifens noch einmal in der Hälfte falten. Jetzt haben wir hier ein Halb und hier jeweils ein Viertel. Die Faltlinien kannst du jetzt noch mit dem Bleistift nachfahren und die einzelnen Anteile mit dem jeweiligen Bruch beschriften. Und dann noch alles schön in Farbe anmalen. Und fertig ist unser Säulen- bzw. Balkendiagramm. Schauen wir uns noch an, wie man ein Kreisdiagramm zu dieser Tabelle bastelt. Als erstes zeichnest du mit dem Bleistift und dem Wasserglas oder dem Zirkel einen Kreis auf das Papier. Den Kreis schneidest du gleich aus. Auch hier beginnen wir wieder mit dem größten Bruch ein Halb. Wir brauchen also wieder die Hälfte und falten deshalb den Kreis in der Mitte. Jetzt brauchen wir noch zweimal ein Viertel. Also müssen wir eine Hälfte des Kreises noch einmal in der Mitte halbieren. Und dazu falten wir den Kreis noch einmal in die andere Richtung in der Mitte. Dieses Mal drücken wir aber nur eine Seite fest. Jetzt die Faltlinien wieder mit dem Bleistift nachfahren und die einzelnen Kreisteile mit dem jeweiligen Bruch beschriften und anmalen. Und hier haben wir dann ein Halb und hier jeweils ein Viertel. Leider kann man nicht für alle Brüche solche Kreisdiagramme basteln. Spätestens beim Versuch ein Drittel in einem Kreisdiagramm darzustellen wird es schwierig. Da ist es dann besser, wenn man solche Diagramme zeichnet. Und das ist auch meistens in Tests oder Klassenarbeiten gefragt. Balken- und Säulendiagramme lassen sich gut auf kariertes Papier zeichnen. Und wieder beginnen wir mit dem größten Bruch. Hier bei unserem Beispiel ein Halb. Um jetzt ein Diagramm zu zeichnen, zeichnest du einen Balken mit einer Länge auf, die durch zwei teilbar ist. Also zum Beispiel zwei Zentimeter, vier Zentimeter oder sechs Zentimeter und so weiter. Ich entscheide mich hier jetzt mal für sechs Zentimeter. Unser ganzes Balkendiagramm ist also sechs Zentimeter lang. Ein Halb, also die Hälfte, wäre demnach drei Zentimeter lang. Ich halbiere den Balken also. Die Mitte des Balkens kann ich jetzt entweder mit dem Lineal oder an der Anzahl der Kästchen ablesen. Hier haben wir drei Zentimeter, beziehungsweise sechs Kästchen. Dort ist also unsere Mitte. Und da ziehen wir nun einen Strich durch den Balken. Jetzt brauchen wir noch zweimal ein Viertel. Dazu teilen wir nun wieder die eine Hälfte der beiden Hälften unseres Balkens noch einmal genau in der Mitte. Eine Hälfte hat sechs Kästchen. Die Mitte der Hälfte ist also bei drei Kästchen beziehungsweise bei 1,5 Zentimetern. Und genau da zeichnen wir wieder einen Strich. Jetzt wieder alles beschriften und anmalen und fertig ist unser gezeichnetes Balkendiagramm. Brüche in einem Kreisdiagramm darzustellen ist da schon wieder schwieriger. Aber es funktioniert. Für das Zeichnen eines Kreises könntest du jetzt wieder ein Glas benutzen. Aber professioneller ist es, wenn du einen Zirkel benutzt. Den Zirkel stichst du an einer Ecke von einem Kästchen ein und stellst den Zirkel auf eine volle Anzahl an Kästchen ein. Dann ziehst du den Kreis. Das Praktische am Zeichnen mit einem Zirkel ist, dass wir jetzt direkt wissen, wo unser Mittelpunkt ist. Nämlich genau da, wo der Zirkel in das Blatt gesteckt wurde. Wenn wir jetzt mit unserem Geodreieck eine Linie von der Außenlinie des Kreises durch den Mittelpunkt bis zur anderen Seite der Außenlinie ziehen, haben wir den Kreis halbiert. Eine Hälfte ist also unser Bruch 1,5. Um die andere Hälfte nun in Viertel zu teilen, drehen wir das Geodreieck um 90 Grad und ziehen nun eine Linie vom Mittelpunkt des Kreises zur Außenlinie So, jetzt wieder alles beschriften und anmalen und fertig ist unser gezeichnetes Kreisdiagramm. Haben wir aber andere Brüche als ein Halb oder ein Viertel, die als Kreisdiagramm dargestellt werden sollen, wird das Ganze etwas komplizierter. Dann müssen wir nämlich wissen, dass ein ganzer Kreis 360 Grad hat und anhand dieser Größe den Winkel ausrechnen, der den Bruch darstellen kann. Bei einem Drittel wären das dann zum Beispiel 120 Grad. Denn 360 geteilt durch 3 sind 120. Ein Fünftel wären dann 360 geteilt durch 5, also 72 Grad. Und ein Sechstel wären 360 geteilt durch 6 und das sind 60 Grad. Aber bevor wir uns jetzt zu sehr mit Winkeln beschäftigen, würde ich vorschlagen, dass du dir gleich mal die Übungsaufgaben zu diesem Abschnitt anschaust und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Viel Spaß!